1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ich weiß, was No bedeutet. No heißt Nein. Englisch in England. Yes bedeutet Ja. 4, 5, 6, 8, 10 Ich kann ein bisschen Englisch. Hi, Teddy. Ich weiß auch, was Banane auf Englisch bedeutet. Ich kann es auch nicht auf Englisch. Banane. Danke. Und tschüss. Do you speak Toy Talk? Werde Erzieher. Dein PME-Familien-Service. Erzieher. Werde Erzieher.